Die Kraft der Stille Erstes Kapitel Die Offenbarungen des Geistes Der erste abstrakte Kern Don Juan erzählte mir, wann immer es sich ergab, kurze Geschichten über die Zauberer seiner Schule, besonders über seinen Lehrer, den Nagual Julian. Es waren nicht eigentlich Geschichten, vielmehr Schilderungen, wie diese Zauberer sich verhielten, sowie Charakterisierungen ihrer Persönlichkeit. Diese Erzählungen dienten jeweils dazu, einen bestimmten Schwerpunkt meiner Lehrzeit zu beleuchten. Die gleichen Geschichten hatte ich auch von den anderen 15 Mitgliedern der Zauberergruppe Don Quans gehört, aber keine dieser Erzählungen konnte mir eine klare Vorstellung von den Menschen vermitteln, die sie schilderten. Nachdem ich Don Juan nicht dazu bewegen konnte, mir mehr Einzelheiten über diese Zauberer mitzuteilen, hatte ich mich damit abgefunden, niemals genaueres über sie zu erfahren. Eines Nachmittags in den Bergen Südmexikos und nachdem Don Juan mir gewisse Feinheiten der Beherrschung des Bewusstseins erläutert hatte, machte er eine Äußerung, die mich sehr verblüffte. Es wird Zeit, glaube ich, dass wir über die Zauberer unserer Vergangenheit sprechen, sagte er. Don Juan erklärte, ich müsse meine Einsichten auf eine systematische Vorstellung von der Vergangenheit gründen, Einsichten sowohl über die Alltagswelt wie auch über die Welt der Zauberer. Die Zauberer haben großes Interesse an ihrer Vergangenheit, sagte er. Ich meine aber nicht ihre persönliche Vergangenheit. Für Zauberer ist Vergangenheit das, was andere Zauberer in vergangenen Zeiten taten. Und diese Vergangenheit wollen wir beide jetzt untersuchen. Auch der Durchschnittsmensch untersucht die Vergangenheit, meist aber ist es seine persönliche Vergangenheit, die er untersucht. Und er tut es aus persönlichen Gründen. Die Zauberer tun genau das Gegenteil. Sie befragen ihre Vergangenheit, um einen Bezugspunkt zu haben. Aber tun das nicht alle? Nein, betrachten wir nicht alle die Vergangenheit, um einen Bezugspunkt zu gewinnen? Nein, antwortete er mit Nachdruck. Der Durchschnittsmensch misst sich an der Vergangenheit, an seiner persönlichen Vergangenheit oder am historischen Wissen seiner Zeit, um eine Rechtfertigung für sein gegenwärtiges oder zukünftiges Verhalten zu haben oder um sich ein Vorbild zu wählen. Nur die Zauberer suchen wirklich einen Bezugspunkt in ihrer Vergangenheit. Vielleicht, Don Juan, würden die Dinge klarer für mich, wenn du mir sagen wolltest, was für die Zauberer ein Bezugspunkt ist. Einen Bezugspunkt zu wählen, antwortete er, bedeutet für die Zauberer eine Chance, die Absicht zu untersuchen. Und genau dies ist auch der Zweck dieser letzten Phase deiner Unterweisung. Nichts kann einem Zauberer eine bessere Vorstellung von der Absicht vermitteln, als die Untersuchung der Geschichten anderer Zauberer, die sich bemühten, diese Kraft zu verstehen. Er erklärte, dass die Zauberer seiner Schule, wenn sie ihre Vergangenheit untersuchten, sehr wohl um die grundsätzlichen Abstraktheit ihres Wissens Bescheid wüssten. Bei der Zauberei gibt es 21 abstrakte Kerne, fuhr Don Juan fort. Außerdem gibt es, beruhend auf diesen abstrakten Kernen, unzählige Zaubereigeschichten über die Naguals unserer Schule, die sich bemühten, den Geist zu verstehen. Es wird Zeit, dass ich dir die abstrakten Kerne und die Zaubereigeschichten erzähle. Ich wartete darauf, dass Don Juan anfing, mir diese Geschichten zu erzählen, doch er wechselte das Thema und kehrte zurück zu seiner Erklärung des Bewusstseins. Warte mal, protestierte ich, was ist mit den Zaubereigeschichten? Wirst du sie mir nicht erzählen? Natürlich werde ich, sagte er, aber es sind keine Geschichten, die man erzählen könnte, als ob es Märchen wären. Du musst sie durchdenken und sie dann überdenken, sie sozusagen wieder erleben. Es folgte ein längeres Schweigen. Ich wurde sehr vorsichtig und fürchtete, dass ich, wenn ich ihn allzu beharrlich aufforderte, mir die Geschichten zu erzählen, mich auf etwas einlassen könnte, was ich später bedauern müsste. Doch meine Neugier war stärker als meine Vernunft. Na, fangen wir an damit, krächzte ich. Don Juan, der offenbar die Richtung meiner Gedanken erfasst hatte, lächelte boshaft. Er stand auf und bedeutete mir, ihm zu folgen. Wir hatten auf irgendwelchen trockenen Steinen am Grunde einer Schlucht gesessen. Es war hoher Nachmittag. Der Himmel war finster und bewölkt. Tiefe, beinahe schwarze Regenwolken hingen über den Gipfeln im Osten. Im Vergleich dazu ließen die hohen Wolken im Süden den Himmel beinahe klar erscheinen. Früher am Tag hatte es geregnet, aber dann schien der Regen sich in ein Versteck verzogen zu haben und zurückgeblieben war nur eine Drohung. Ich hätte frieren müssen bis aufs Mark, denn es war sehr kalt, aber mir war warm. Während ich einen Stein umklammerte, den Don Juan mir in die Hand gedrückt hatte, erkannte ich, dass dieses Wärmegefühl trotz frostkalten Wetters mir ganz vertraut war, obwohl es mich jedes Mal verblüffte. Immer, wenn ich zu frieren schien, drückte mir Don Juan einen Ast in die Hand, einen Stein oder er schob mir ein bisschen Blätter unter das Hemd, direkt über dem Brustbein. Und dies genügte meist, um meine Körpertemperatur steigen zu lassen. Ich hatte schon selbst erfolglos versucht, diese Wirkung seiner Handreichungen zu erzielen. Es wären nicht diese Handreichungen, sagte er, Mit raschen Schritten kletterten wir die steile Westflanke eines Berges hinauf, bis wir ein Felsband unmittelbar am Gipfel erreichten. Von diesem Felsband sah ich, dass der Nebel anfing, sich nach dem südlichen Ende des Talbodens unter uns zu verziehen. Unterdessen drängten flache, faserige Wolken heran, die von den schwarzen, grünen, hohen Berggipfeln im Westen niedersanken. Nach dem Regen und unter dem dunklen Wolkenhimmel schien das Tal und die Berge nach Osten und Süden in einen Mantel schwarz-grünen Schweigens gehüllt. Dies ist ein idealer Platz für ein Gespräch, sagte Don Juan und setzte sich auf den felsigen Boden einer flachen, versteckten Höhle. Die Höhle war perfekt für uns beide, um nebeneinander zu sitzen. Unsere Köpfe streiften beinahe die Decke und mit dem Rücken schmiegten wir uns bequem an die gewölbte Fläche der Felswand. Es war, als sei die Höhle absichtlich ins Gestein gehauen worden, um zwei Menschen von unserer Größe Platz zu bieten. Noch eine weitere Merkwürdigkeit dieser Höhle fiel mir auf. Wenn ich mich auf das Felsband stellte, überblickte ich das ganze Tal und die Bergketten im Osten und Süden. Doch wenn ich mich setzte, war ich von Felsen umgeben. Dennoch bildete das Felsband eine Ebene mit dem Höhlenboden und war flach. Eben wollte ich Don Juan auf diesen sonderbaren Effekt aufmerksam machen, als er mir zuvor kam. Diese Höhle ist von Menschen gemacht, sagte er. Das Band ist geneigt, aber das Auge bemerkt die Schräge nicht. Wer machte diese Höhle, Don Juan? Die alten Zauberer. Vor Jahrtausenden vielleicht. Eine der Besonderheiten dieser Höhle ist, dass Tiere und Insekten und sogar Menschen sich von ihr fernhalten. Anscheinend haben die alten Zauberer sie mit einer unheilvollen Spannung aufgeladen, die bewirkt, dass alle Lebewesen sich hier unbehaglich fühlen. Aber wie sonderbar. Ich fühlte mich dort unglaublich froh und geborgen. Ein Gefühl physischen Behagens prickelte durch meinen ganzen Körper. Ich empfand sogar ein sehr angenehmes, geradezu köstliches Gefühl im Bauch. Es war, als würden meine Nerven gekitzelt. Ich fühle mich nicht unbehaglich, bemerkte ich. Ich auch nicht, sagte er, was nur bedeuten kann, dass wir beide im Temperament nicht allzu verschieden sind von jenen alten Zauberern der Vergangenheit. Eine Tatsache, die mir große Sorge macht. Ich hatte Angst, dieses Thema weiter zu verfolgen, darum wartete ich, bis er sprach. Die erste Zauberei-Geschichte, die ich dir erzählen will, heisst die Offenbarungen des Geistes. Begann Don Juan, aber lass dich durch den Titel nicht irreführen. Die Offenbarung des Geistes ist nur der erste abstrakte Kern, auf dem die erste Zauberei-Geschichte aufgebaut ist. Dieser erste abstrakte Kern ist eine Geschichte für sich, fuhr er fort. Die Geschichte erzählt von einem Mann, der irgendwann lebte, einem normalen Mann ohne irgendwelche besondere Eigenschaften. Wie jeder andere war er ein Mittler für den Geist, und kraft dessen war er, wie jeder andere, Teil des Geistes, Teil des Abstrakten. Aber er wusste es nicht. Die Welt hielt ihn so emsig beschäftigt, dass er weder die Zeit noch die Neigung hatte, der Sache auf den Grund zu gehen. Der Geist versuchte vergeblich, die Verbindung zwischen ihnen zu offenbaren. Mit Hilfe einer inneren Stimme enthüllte der Geist ihm seine Geheimnisse. Aber der Mann war unfähig, diese Enthüllungen zu verstehen. Natürlich hörte er die innere Stimme, doch er glaubte, es wären seine eigenen Gefühle, die er empfand, und seine eigenen Gedanken, die er dachte. Um ihn aus seinem Schlaf zu rütteln, gab der Geist ihm drei Zeichen, drei aufeinanderfolgende Offenbarungen. In körperlicher Gestalt und in auffälligster Weise kreuzte der Geist den Weg des Mannes. Aber der Mann war unempfänglich für alles, außer seinen eigenen Sorgen. Don Juan unterbrach sich und sah mich an, wie er es immer tat, wenn er meine Einwände und Fragen erwartete. Ich wusste nichts zu sagen, ich verstand nicht, worauf er hinaus wollte. Ich habe dir eben den ersten abstrakten Kern erzählt, fuhr er fort. Ich könnte nur noch hinzufügen, dass der Geist, weil der Mann absolut nicht verstehen wollte, Täuschungstricks anwenden musste. Und Täuschungstricks wurden zum Wesentlichen auf dem Pfad der Zauberer. Aber dies ist eine andere Geschichte. Die Zauberer, so erklärte Don Juan, begriffen diesen abstrakten Kern als Blaupause für kommende Ereignisse oder als immer wiederkehrendes Muster, das jedes Mal sichtbar wurde, wenn die Absicht einen Hinweis auf etwas Bedeutsames geben wollte. Die abstrakten Kerne waren also Blaupausen für ganze Ketten von Ereignissen. Auf eine Weise, die sich unseren Begriffen entzieht, widerfahre jedem Nagual-Schüler jede Einzelheit eines jeden abstrakten Kerns aufs Neue, so versicherte er mir. Und er versicherte mir auch, dass er der Absicht geholfen habe, mich in all die abstrakten Kerne der Zauberei zu verwickeln, genau wie sein Wohltäter, der Nagual Julian, und alle Naguals vor ihm ihre Lehrlinge darin verwickelt hatten. Die jeweilige Art der Begegnung eines jeden Nagual-Schülers mit den abstrakten Kernen schaffe eine Reihe von Erzählungen, die sich um diese abstrakten Kerne spinnen und in denen alle besonderen Merkmale der Persönlichkeit und der Lebensumstände eines jeden Schülers enthalten sind. Ich zum Beispiel, sagte er, hätte meine eigene Geschichte über die Offenbarungen des Geistes. Er habe die Seine und auch sein Wohltäter habe seine eigene, genau wie der Nagual vor ihm, und so weiter und so fort. Welches ist meine Geschichte über die Offenbarungen des Geistes? fragte ich einigermassen verwirrt. Wenn jemals ein Krieger sich seiner Geschichten bewusst war, dann du, antwortete er, immerhin schreibst du seit Jahren Bücher darüber. Aber die abstrakten Kerne sind dir nicht aufgefallen, weil du ein praktischer Mensch bist. Du tust alles nur mit dem Zweck, deine praktischen Fähigkeiten zu verbessern. Obwohl du deine Geschichten bis zur Erschöpfung abgehandelt hast, hattest du keine Ahnung, dass sie einen abstrakten Kern enthalten. Alles, was ich getan habe, erscheint dir daher als eine oft wunderliche Tätigkeit, nämlich einem widerstrebenden und zumeist dummen Lehrling die Zauberei beizubringen. Solange du die Sache so betrachtest, werden die abstrakten Kerne dir verborgen bleiben. Du musst mir verzeihen, Don Juan, sagte ich, aber deine Ausführungen sind sehr verwirrend. Was willst du damit sagen? Ich versuche, das Gespräch auf die Geschichte der Zauberei zu lenken, weil es üblicherweise geheim gehalten wird. Es ist der letzte Kunstgriff des Geistes. Man sagt, wenn der Lehrling die abstrakten Kerne versteht, so ist es, als würde der letzte Stein auf die Pyramide gesetzt, der sie abschließt und krönt. Es war dunkel geworden und es sah aus, als wolle es wieder regnen. Ich fürchtete, wenn der Wind von Ost nach West wehde, würden wir in dieser Höhle bis auf die Haut durchnässt. Ich war mir sicher, dass auch Don Juan dies bedachte, aber es schien ihm nichts auszumachen. Bis morgen früh wird es nicht regnen, sagte er. Dass ich erleben musste, wie meine innersten Gedanken beantwortet wurden, ließ mich unwillkürlich hochschrecken und ich schlug mit dem Kopf gegen die Höhlendecke. Es war ein Stoß, der sich schmerzhafter anhörte, als er war. Don Juan hielt sich den Bauch vor Lachen. Nach einer Weile begann mein Kopf zu schmerzen und ich musste ihn massieren. Deine Gesellschaft ist so unterhaltsam für mich, wie die meine es für meinen Wohltäter gewesen sein muss, sagte er und fing wieder an zu lachen. Wir schwiegen ein paar Minuten. Die Stille um uns her war unheimlich. Ich bildete mir ein, das Rascheln der Wolken hören zu können, wie sie von den höheren Bergen zu uns herabglitten. Dann erkannte ich, dass es der sachte Wind war, den ich hörte. Von meinem Standort in der niedrigen Höhle hörte es sich an, wie das Flüstern menschlicher Stimmen. Ich hatte das unglaubliche Glück, von zwei Naguals unterwiesen zu werden, sagte Don Juan, die hypnotische Faszination brechend, die der Wind in diesem Moment auf mich ausübte. Der eine war natürlich mein Wohltäter, der Nagual Julian, und der andere war dessen Wohltäter, der Nagual Elias. Mein Fall war einmalig. Warum war dein Fall so einmalig? Weil die Naguals seit Generationen ihre Lehrlinge um sich versammeln. Jahre nachdem ihre eigenen Lehrer die Welt verlassen haben, erklärte er. Ausgenommen mein Wohltäter. Ich wurde Lehrling des Nagual Julian acht Jahre bevor sein Wohltäter die Welt verließ. Es waren acht geschenkte Jahre für mich. Es war das Glücklichste, was mir widerfahren konnte, denn ich hatte Gelegenheit, von zwei entgegengesetzten Persönlichkeiten unterwiesen zu werden. Es war, als würde man von einem mächtigen Vater und einem noch mächtigeren Großvater erzogen, die sich niemals von Angesicht zu Angesicht begegnen. Bei solch einem Wettkampf gewinnt immer der Großvater. Also bin ich eigentlich das Produkt der Lehren des Nagual Elias. Ich war ihm ähnlicher, nicht nur im Temperament, sondern auch im Aussehen. Ich möchte sagen, ihm verdanke ich den letzten Schliff. Aber den grössten Teil der Mühe, die aufgewandt wurde, um aus mir erbärmlichen Menschen einen makellosen Krieger zu machen, verdanke ich meinem Wohltäter, dem Nagual Julian. Wie sah der Nagual Julian eigentlich aus? fragte ich. Weisst du, dass es mir bis zum heutigen Tag schwerfällt, ihn mir bildlich vorzustellen, sagte Don Juan. Ich weiss, es klingt absurd, aber er konnte ganz, wie er wollte oder wie die Umstände es verlangten, entweder jung oder alt sein, hübsch oder hässlich, weibisch und schwach oder stark und männlich, fett oder schlank, mittelgroß oder sehr klein. Du meinst, er war ein Schauspieler, der mit Hilfe von Requisiten in verschiedene Rollen schlüpfte? Nein, es waren keine Requisiten im Spiel und er war nicht nur ein Schauspieler. Gewiss, er war auch ein grossartiger Schauspieler, aber das ist eine andere Geschichte. Tatsache ist, dass er sich verwandeln und all diese gegensätzlichen Personen sein konnte. Dass er ein grossartiger Schauspieler war, befähigte ihn, all die winzigen Verhaltensmerkmale zu porträtieren, die jedes dieser Wesen so real machte. Man könnte sagen, dass er sich in jeder Person wohlfühlte. Ähnlich wie du behauptest, dass du dich in jeder Kleidung wohlfühlst. Neugierig bat ich Don Juan mir mehr, über die Verwandlungen seines Wohltäters zu erzählen. Er sagte, dass jemand ihn gelehrt habe, diese Verwandlungen hervorzubringen. Dies weiter zu erklären, würde sich allerdings mit anderen Geschichten überschneiden. Wie sah der Nagual Julian aus, wenn er sich nicht verwandelte? fragte ich. Man könnte sagen, bevor er ein Nagual wurde, war er sehr schlank und muskulös, sagte Don Juan. Sein Haar war schwarz, dicht und gewählt. Er hatte eine lange und ausgeprägte Nase, kräftige, große und weiße Zähne, ein ovales Gesicht, breite Kinnladen und leuchtende, dunkelbraune Augen. Er war etwa einen Meter siebzig groß. Er war kein Indianer und auch kein brauner Mexikaner. Aber er war auch kein Weißer, von angelsächsischer Abkunft. Tatsächlich hatte er eine Hautfarbe wie niemand sonst. Besonders in seinen späteren Jahren, als sein veränderlicher Teint sich dauernd verdunkelt zu sehr hell und wieder zu dunkel wandelte. Als ich ihn kennenlernte, war er ein braunhäutiger alter Mann und mit der Zeit wurde er ein hellhäutiger junger Mann. Nur ein paar Jahre älter vielleicht als ich. Ich war damals zwanzig. Doch wenn die Veränderungen seine äussere Erscheinung schon erstaunlich waren, fuhr Don Kronford, so waren die Veränderungen in Stimmung und Verhalten, die mit jeder Verwendung einhergingen, noch erstaunlicher. Wenn er zum Beispiel ein dicker junger Mann war, dann war er lustig und sinnlich. War er ein hagerer alter Mann, dann war er kleinlich und rachsüchtig. War er ein dicker alter Mann, dann war er der größte Trottel, den man sich vorstellen konnte. War er denn jemals er selbst? fragte ich. Nicht in der Art wie ich ich selbst bin, antwortete er. Ich habe keine Vorliebe für Verwandlungen, darum bin ich immer derselbe. Er aber war ganz anders als ich. Don Kron sah mich an, wie um meine innere Stärke abzuschätzen. Er lächelte, schüttelte den Kopf und brach in ein schallendes Lachen aus. Was ist so spaßig, Don Kron? fragte ich. Tatsache ist, dass du immer noch so steif und brüde bist, um die Verwandlungen meines Wohltäters in ihrer vollen Tragweite zu würdigen, sagte er. Ich hoffe nur, du wirst nicht in morbide Grübeleien verfallen, wenn ich dir davon erzähle. Aus irgendeinem Grund wurde mir plötzlich ganz unbehaglich und ich musste das Thema wechseln. Warum nennt man die Naguals Wohltäter und nicht einfach Lehrer, fragte ich. Den Nagual als einen Wohltäter anzusprechen ist eine höfliche Geste seiner Lehrlinge, sagte Don Kron. Ein Nagual weckt ein Gefühl überwältigender Dankbarkeit bei seinen Schülern. Immerhin formt der Nagual sie und er geleitet sie durch unvorstellbare Sphären. Das Lehren, warf ich ein, sei für mich die großartigste altruistische Tat, die jemand für einen anderen vollbringen könne. Für dich heißt Lehren über Strukturen zu reden, sagte er. Für einen Zauberer ist Lehren das, was ein Nagual für seine Lehrlinge tut. Für sie zapft er die allbeherrschende Macht des Universums an, die Absicht, jene Kraft, welche die Dinge verändert und umgestaltet oder sie erhält, wie sie sind. Und dann lenkt und formt der Nagual die Konsequenzen, die diese Kraft für seine Schüler zeitigen kann. Ohne die Ausformung der Absicht durch den Nagual gäbe es keine Ehrfurcht, kein Staunen für sie und seine Lehrlinge würden statt aufzubrechen zu einer magischen Entdeckungsreise lediglich ein Handwerk erlernen als Zauberer, Heiler, Wahrsager, Scharlatan oder was immer. Kannst du mir erklären, was Absicht ist? fragte ich. Die einzige Möglichkeit, die Absicht kennenzulernen, erwiderte er, ist ihr unmittelbares Kennenlernen durch eine lebendige Beziehung, die zwischen der Absicht und allen Lebewesen besteht. Die Zauberer bezeichnen die Absicht als das Unbeschreibliche, den Geist, das Abstrakte, das Nagual. Ich würde vorziehen, sie als Nagual zu bezeichnen, aber dies überschneidet sich mit dem Namen für den Führer, den Wohltäter, der ebenfalls Nagual genannt wird, und darum habe ich mich entschieden, sie als den Geist, die Absicht, das Abstrakte zu bezeichnen. Don Juan unterbrach sich plötzlich und empfahl mir zu schweigen und nachzudenken über das, was er mir gesagt hatte. Es war inzwischen ganz dunkel geworden, die Stille war so tief, dass sie mich erregte, statt mich in einen Zustand der Ruhe zu wiegen. Ich konnte meine Gedanken nicht ordnen und ich versuchte meine Aufmerksamkeit auf die Geschichte zu konzentrieren, die er mir erzählt hatte, aber stattdessen dachte ich an alles andere, bis ich schließlich einschlief. Und ein nachzudenken ist der Ruhe der Ruhe schei�at und scheiw das habe Vielen Dank.